So, Hallöchen liebe YouTube-Freunde, hey ho, ich habe jetzt wenig Zeit, ich muss Lorenor, der will gleich los in den Olymp fliegen, weiß nicht wo er hinfliegen will und wahrscheinlich haben wir sogar eine neue Mitspielerin und ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, da gehen wir gleich hin und dann, ja, gibt es erstmal langsam, schön feucht fröhlich geht es los, wir starten gefühlvoll ins Wochenende hinein mit Hypnose Vault, schön geschmeidig, schön mit AK47 geölt, natürlich frisch eingeseift die ganze Kiste und dann geht es richtig schön feucht fröhlich, rutscht mir hinein ins sogenannte Wochenende und für die YouTube-Leute, wenn ihr euch nicht wundert, ich habe mir jetzt mein Samstags-Outfit gerade an, ja, es ist aber Freitag, es ist Freitag, ich habe aber, wie ihr sehen könnt, mein sogenanntes lieblingsmäßiges Samstag-Outfit mit Oberteil und Unterteil, also Röckchen und so an, denn morgen wird was anderes passieren, was, das weiß ich nicht, vielleicht stüme ich ja nackig oder so, nein, natürlich nicht, das kann ich ja keinem antun, dann kannst du dich ja nachher vor lauter, vor lauter, wie sagt man, Liebesnachrichten gar nicht mehr retten, naja, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt arbeiten, ja, doch, Walbe macht was gegen die Trucker, sie bannen sie, ja, eine nackige Cosi, naja, nein, mein Bauch ist zu dick, das werdet ihr bald sehen, da kann man nämlich sehen, wie dick mein Bauch bei meinen anderen Klamotten vielleicht, ja, ich sehe aus wie im dritten Monat, vierten Monat schwanger, wirklich mal, so, ich gehe jetzt erstmal zum TS, ich schalte hier schon mal um, und erstmal zum TS, also erstmal rein da, ich hoffe, TS geht alles wieder, nein, TS geht nicht, Leute, oh doch, oh, Gott sei Dank, TS geht ja, oh, warte mal, äh, wer ist denn jetzt wo, da oben ist Dingsbum, ich gehe jetzt mal zu CSGO, hey, Leo, kannst du mich hören, Hallo, Hallöchen, so, wem haben wir denn da oben noch, Jo, Jo, Dings, Jo, 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 Baba, warte mal, Jo, Baba, so, Jo, Baba, kann man auf jeden Fall runterziehen, ja, ich hatte ja lange nicht mehr mitgespielt, deswegen dachte ich, muss ich heute mal wieder Zeit finden, genau, wunderschön, guten, äh, Morgen, ja, guten Morgen, Jo, 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 warte mal, Jo, Baba, meine Fressi, du, Baba, ich krieg's irgendwann, Jo, Baba, Jo, Baba, so, äh, Jo, Baba, da oben ist noch jemand, wer ist das da oben, der ist nicht für uns, oder? Keine Ahnung, hm, ansonsten spielen wir zu dritt, oder? War da jetzt noch jemand, der mitmachen wollte? Ähm, Agar-Meister. Nö, oder? Also, hat sich keiner weiter angemeldet, oder doch? Nö, ne? Theoretisch könnten wir, äh, ich weiß nicht, wer will denn eine Gruppe aufmachen, oder so? Jo, Jo, Baba, Jo, Baba, willst du einen aufmachen? Kann ich machen, ja. Das wär cool, Mann. Dann musst du aber den Leo einladen. Der, der, der Joint hinterher, wenn ich drinne bin, denk ich mal, oder? Genau. Der Joint hinterher. Genau. Wir müssen noch wegen der Karten sprechen. Ich würde ja gerne, weil wir jetzt erstmal, weil wir jetzt erstmal wieder anfangen, mit dem Livestream, würde ich gerne meine Housemaps spielen. Das wär so praktisch, äh, Mirage, Inferno und Austria. Das sind so meine Housemaps im Moment. Dann spielen wir Mirage. Ja. Wenn das in Ordnung ist. Ja, wieso? Was ist mit den anderen beiden gefallen? Seht ihr denn nicht? Äh, mir gefällt Austria gar nicht und Inferno hab ich Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber du liebst diese Karten doch, Lorinor. Du magst Austria und du bist ab Göttich verliebt in Inferno. Also du magst die beide doch ganz doll eigentlich. Äh, Austria auf gar keinen Fall. Die hab ich noch nie gespielt. Doch, du willst dir das bloß nicht eingestehen, dass du sie liebst, diese Karten. Ich glaub, du wirst es während bestimmt mal auch deiner Housemaps werden. Du wirst sehen, du liebst diese Karten. Wir können ja die drei ruhig reinmachen. Die Chance, dass da Austria kommt, ist eh nicht so hoch. Sag das nicht. Sag das nicht. Meistens wird es das, was man nicht will. Ja, aber die Chance ist trotzdem nicht so hoch. Ich möchte ja Austria nicht rein. Nee, nee, Austria ist stark im Kommen. Weil ich hab das schon damals angedeutet, dass Austria wird aus dieser Riege da von den ganzen Karten, die da neu sind, wird es Austria eins von den Brennern, die wahrscheinlich irgendwann Favoriten sein, oder Mitfavoriten sein werden. 100 pro. Wir müssen nur relativ zeitnah anfangen. Das wär ganz cool. Na jetzt, also wie wir uns entschieden haben, welche Karten wir spielen. Ja, wir können ruhig die drei machen. Ich hab die drei jetzt im Lobbypool drin. Wenn ihr kommt, können wir starten. Achso, achso, warte mal. Dann musst du, du hast mir bestimmt eine Einladung geschickt. Moment. Da, 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 da. Moment, Bobby, zack. So, ich bin glaub ich drin. Jetzt müsste Logan nur hinterher joinen. Bei mir steht, dass du noch nicht in der Lobby drin bist. Was? Warte mal. Doch, bin drin. Jetzt. Jetzt, go! Willy, go! Okay. Okay. Einfach start, oder was? Ja. Lorino, du hast ja auch Gold, Sternchen. Warum hast du auch Gold? Weil ich ab und zu mal spiele. Alle haben Gold. Guck mal, da kommt. Da kommt noch jemand. Keine Ahnung, wer Violent ist. Muss man leider wieder rausnehmen. Muss man wieder rausnehmen. Kennen wir nicht. Tschüss. Genau. Noch einen Platz frei. Fähner hier. Fähner fragt, ob noch einen Platz frei ist. Ja, wer ist Fähner? Ja, wenn Fähner mitmachen will. Ja, dann können wir. Meinstellen kann der noch mitmachen. Nur wenn man verliert, scheaten die anderen. Das ist die Einstellung von... Genau. Genau. Dash, du sagst, man muss sich das abgewöhnen. Man muss immer sagen, okay, die anderen spielen besser. Ich muss besser werden. Ich muss besser werden. Egal, ob die anderen scheaten. Es spielt keine Rolle. Du musst einfach besser werden. Genau. Man muss besser werden. Wenn Fähner mitmachen wollen würde, dann müsste er jetzt relativ schnell TS kommen. Ja, komm mal schnell TS, Fähner. Hier, hast du TS. Komm schnell TS, Fähner. Baialig. Komm schnell zum TS. Dieser Violent, der war jetzt auch gerade im TS, sehe ich gerade. Aber keine Ahnung, der war ja eh global. Das macht ja relativ wenig Sinn. Naja, nur wenn wir zu 5 sind, sonst kann man da nicht mitspielen. Fena, komm! Ja. So, warte mal, zack. Fena, kannst du uns hören? Moin. Moin! So, Fena ist auch mit am Start. Dann haben wir sie alle, oder? Ja. Hallo? Da kommt noch, warte mal, Olli. Olli ist ja mit da. Olli, was los? Was geht ab? Ist noch Platz frei für Cisco? Ja. Ja, ist noch ein Platz frei. Ja, nice. Ist ganz fertig, du auch mit Loll. Perfekt, Olli. Aber jetzt schnell. Um 4 muss ich wahrscheinlich einen Flex-Game mit wem machen. Da hab ich schon gesprochen. Schnell starten. Schnell starten? Ich sag denen da oben nur nochmal kurz Bescheid. User left your channel. Ladies and gentlemen, start your engines. Warte mal, ich muss nochmal... Mensch, ist ja... Zu spät, zu spät. Sorry, zu spät, zu spät, aber zu spät. Ich bin schnell wie der Blitzkuhl, ich schon vergessen? Ne, ich meine jetzt im Chat, ich würde gerne mitmachen. Zu spät. Früher komm, früher komm. In der Lollspiel fertig geworden. Ja, Olli, du bist der Einzige, der fehlt. Olli, schnell, schnell, schnell. Ohne Momente, Brachbauer. Olli, wir spielen Inferno Mirage Austria natürlich. Ja, für Cobblestone. Ne, wir spielen ihn auch. Ey, ihr habt ja alle Goldsternige Streber. Ihr seid alle Streber. Goldsternchen, jawohl, wie Angst. Olli, wir spielen. Vorsicht, ich kriegen wir da auch noch hoch. Aber ich bin ja jetzt schon, ich bin ja Silber Elite jetzt schon. Wenn wir Austria bekommen, hab ich keine Ahnung, wie die mit funktioniert. Warte, Leo, wer warst du jetzt nochmal? Warst du Montag? Ich bin Montag. Ich muss dich melden. Ja, Austria ist einfach. Die ist einfach, die Karte. Die ist wirklich einfach. Da kannst du nicht viel falsch machen. Außer dich totstellt. Okay, was kommt eigentlich? Was wotet ihr? Ich sage Mirage. Ja, ich sage auch Mirage. Ja, Mirage. Ja, ist Mirage. Es kommt aus, ja. Pass auf, es kommt aus. Inferno. Ah, es kommt immer genau, was wir nicht sagen. Das ist echt zum Kotzen. Ich habe es gesagt. Ich habe es noch gekauft, bevor es Inferno, also bevor es aufgeploppt ist. Oh, Inferno, Leute, das wird wieder hart. Da muss man erst mal auf die Glocke schieben. Alle Molotow kaufen. Das wird hart. Wo brennen die? Oh, ne, Inferno, da bin ich letztens auf Karte. Das Elite kommt nicht von ungefähr. Egal, scheiß drauf. Sehr gut, Olli. Ja, ich habe wirklich Spaß gemacht. Jay schmeichelt mir erst mal, ja. Aber wir machen einfach erst mal die Taktiken, die Cosi immer ansagt. Ich finde die immer schön. Genau, erst mal mit der P90 rumrushen. Wir rushen jetzt erst mal mit der P90 durch. Ja, oder am Scorn warten, bis wir alle da sind. Oh, wir haben ja nur noch 50 Sekunden. Sag mal, haben die ja die Zeit gebremst, oder was? Ne, die sind halt alle sofort connected. Ja, und? Deswegen können wir doch trotzdem... Oh. Scheiße. Oh. Oh. Durchgesprungen. Oh, hör auf jetzt, ihr. Wo sind denn die Gegner, sag mal? Da. Weg. Wo ist er? Achtung, Gegnerbelagerung. Achtung. Ui. Ach, ich komme von hinten. Oh, das ist gemein, oder? Oh, ich habe Verträgliche jetzt gemacht. Jetzt geht es los. Ah, okay, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Warte, nur auf die Glocke schießen. So. Das war der letzte Gong. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird es leider ernst. Jetzt wird der Spaß jetzt an. Meinst du? Wo gehen wir hin, Leute? A, B? Ja, sag du, Cosi. B, äh, wir gehen A. Äh, wir gehen A. Wir gehen A. Sehr gut. Wir gehen erstmal A. Über Hedgehot auf A. Kurz angeformt. Okay. Hüpf. Aber schnell. Bevor der Oben auf dem Balkon, Achtung, Balkon im Auge behalten. Oh, ich habe vergessen, Kevlar zu kaufen. Sehr gut. Och, nicht schlimm. Nein, Entschuldigung. Was? Oh. Tür zu. So, Tür zu und zieht hier. Okay, weiter. Ja, ich habe ihn zugestellt. Der auch. Alter, Schwede. Die fallen ja hier um, wie die Fliegen. Warte mal, ich muss erstmal die Waffe wechseln. So, P.L. 250. Jetzt ist die Welt in Ordnung. Nee, ich habe eine Glock. Scheiße, ich habe eine schlechtere Waffe. Zweiter hat kassiert. Gott, Leo. Denkend ja immer rein. Natürlich. Wie sieht es denn aus? Bauen wir Pläten oder was? Jo. Wo ist der vielleicht? Ein Haus, ein Haus. Dafür kann er ja nichts. Der war safe Haus. Ja, der ist, äh, von da. Ich habe auf den auch geschossen. Wie die Sache da ist. Ich meine, ich habe auf den auch geschossen. Ich habe immer noch die Bombe. Sorry. Ich habe die Dauerbombe. Vielleicht Backe. P90. P90. No stop. Ja, gehen wir wieder A? Los, gehen wir nochmal A. Gehen wir nochmal A. Okay. Weil die jetzt damit rechnen. Und dann schießen wir jetzt alle Toast bei A haben. Hast du nicht... Ja. Ja. Gut, ne? Dabei, ne? Warte nicht mit der Bombe vor, bitte. Ja, Olli. Zweimal den Kill weggenommen. Dankeschön. Ich habe zwei AP. Achtung, wie sieht es aus? Oh, Alter. LoL, der hing so komisch da, dass ich gemeint habe, da ist einer. Krass. Okay, Bombe. Planten. Hausmeister. Ich will die Sterbezeit. Hausmeister. Ich bin noch viel zu jung zum Sterben. Nein, nein, alles Gute. Bombe ist been planted. Wo ist er, der Letzte? Ich bin CT, da ist nix. Oh, Alter, ich hätte die Bombe, die Bombe wird geschossen. Wo ist der jetzt? Ich gehe mal an. Hab ihn. Sehr gut. Nice. Vielleicht schreibt meine Kohle jetzt auch in der Schuhe. Helio, wieso hat es mich nicht nett, dass du alle Low geschossen hast? Ja, kein Problem. So, ich schreck auf Erschi jetzt um. So, Erschi ist jetzt angesagt. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir wieder A gehen. Ja, dann wird ein Change-Running-System. Wir sollten jetzt wieder A gehen. Und danach, danach gehen wir B. Okay, machen wir. Weil die werden jetzt jetzt sagen, die gehen doch jetzt bestimmt nicht wieder nach A. Und wir gehen wieder nach A. Äh, mein Spiel hat sich gerade aufgehangen. Oh nein, mach keinen Scheiß. Äh, ich starte einmal schnell neu. Das Spiel. Yo. Yo, ist klar. Hat er mehr gegeben? Jo. Ja. Hab ihn. Wer läuft da im Haus? Wir? Ja, ich bin im Haus. Okay. Gehen wir nach A? Hm, warte mal. Also, ich bin nicht schon rausgeflogen aus dem Spiel? Yo. Okay. Ich starte wieder rein. Die wollen da aus sein. Wer, wir? Ja. Ja, wir. Deo ist rausgeflogen. Äh, ja. Pannen mal. Oh, jetzt bin ich gerade erschossen. Oh. Jetzt bin ich gerade, weil ich hier wohnten wollte, mich erschossen worden. Scheiße, Mann. Jetzt stehe ich oben im Flur. Ja, da oben ist die Bombe. Ich bin jetzt sofort wieder drin. Tim, schlafe ich in Träumerschönes. Geben noch gegeneinander gezockt und jetzt zusammen. Nein. Oh, anlacken. Trotzdem nice. Ja, vergessen nachzuladen. Ohne Frucht. Sind wir jetzt wieder komplett oder fehlt uns noch einer? Ja, ja, wir sind jetzt wieder. Wir haben trotzdem Auszeit. So, Leute, wie war euer Tag so? Wie bitte? Wie war euer Tag so? Schön. Gut, war schön alles. Alles war schön. Die Welt ist bunt. Ey, Leo, wir haben Rankeds gewonnen. Ich habe Rankeds gewonnen. Nein, natürlich wir. Ich habe für dich. Leute, wir haben jetzt erst mal 30 Sekunden Auszeit. Warte mal, wer war denn jetzt noch mal draußen? Wer war denn jetzt noch mal draußen? Leo, ich dachte, wir haben es eilig und du gehst raus, ja? Leo hat kurz Hex angemacht. Mein Spiel hat geschlossen. Ja, ja, Leo. Ja, das ist Hex angemacht. Gib es doch zu. Natürlich habe ich die Hex auch angemacht. Ja, dann machen wir jetzt hier ein paar Kniebeugen zum Aufwärmen. Warte mal, wie geht denn das nochmal? Steuerung drücken. Ja, 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 habt ihr schon. So, ein paar Kniebeugen. So muss das, genau. Ein bisschen dehnen. Ein bisschen dehnen. Kurz mal springen. Ich bin zu alt. Oh, springen geht nicht. Springen geht nicht. So, läuft er. Wir haben jetzt B? Ach, ich wollte ja durchlaufen, weil er ist immer noch. Gut. Dann B. Ich mach Mitte. Und der Granaten hat, flacken die Granaten einfach da hoch. Obwohl die jetzt wissen, dass sie ja B gehen. Ach. Ich mach Mitte. Ich will nicht Bombe. Ja, ich mach Mitte. Ich kann sie genauso wenig brauchen. Und, hoch damit. Alles hoch, alles hoch. Schön. Scheiße, Alter. Oh, ruhe. Scheiße, Alter. Er hat auch richtig Bomben. Da ist ein kleiner Unfall passiert. Rauf da und planten. Ich habe eine P90 gefunden. Dankeschön. Ich muss ja mal wachen. Erst mal ein Magazin wechseln. So, dankeschön. Okay, alle rauf. Mann, wir haben ja richtig geil gesmokt hier. Das ist ja richtig, richtig pro Smoking. Mann, wir brennt's und Smokedet überall. Jo, Leo. Und nochmal Feuer. Das ist was? Ist ja richtig was los hier. Was ist mit mir, Olli? Das Flash, ey. Schön, bisschen Flash. Da ist er. Jo. Mann, ich habe auch... Olli, wir haben beide zusammen eingekillt. Ja, aber ich bin gestorben. Oh, dann warst du... Hast du einen Fehler gemacht, ne? Hast du genug Geld, Olli? Sonst kann ich dir was legen. So, ich brauch mal eine SG jetzt. Oh, ich hätte dir was Gutes geben können. Aber, ey. Das bedeutet jetzt alles, was ich brauche. Drei, zwei, Achtung, Glock gleich. Gong, weiter geht's. Wo gehen wir jetzt hin? Wieder bei B? Wollen wir bei B ein bisschen? Ja, ja. Oh, ein bisschen B. Granaten hoch und dann... Granaten hoch. Guck die Hände. Granaten... Na, Granatenwochenende sozusagen. Okay, komme. Achtung, Fernwaffe, komm. Nein. Ist ja... Ist ja voll finned. Hier geht's ja richtig ab, die Rakete hier. Oh, oh, oh. Hat mich verlaufen. Was ist ja los? Hör von dir ein. Achtung, Nagelmaschine da hinten. Nagelmaschine, Aua. Drei. Ich smoke. Drei. Wo hat die Schossen? Lass ihn kommen. Hinter uns, über uns, wo sind sie? Echt? Und hinter dir, hinter dir, wo sie... Diffuse einer? Diffuse einer? Oh. Ich komme nicht mehr dazu. Sehr schön. Puh, das war ja voll der Stress gerade. Puh, war das stressig gerade. Das war ja richtig Puh, war das gerade. Also Leo, ich verspreche dir, ich spiele das ganze Game nur P90 und wird erster sein, okay? Ne. Dann bekomme ich ein Skimp von dir, lol. Ne. Jetzt wieder B, ne? Nochmal B. Ne, ja, erst recht. Ich war jetzt mein Knife. Jetzt wieder schön B, weil die nicht damit rechnen, dass er nochmal B wahrscheinlich. Das hat leider ein bisschen Wert, Olli. Ich habe Mitte. Ach, du hast Mitte? Okay, du hast die Mitte. Ich renne zu meinem Teamkollegen. Einer zieht es. Pass hinter dir auch, ich spott. Stimmt. Alter Schwede, ist ja halt los. Posi, du kannst ihn blenden. Hedgehog? Hier ist echt viel Party los. Ja, oder? Voll die Party hier. Achtung, ich plenten. Ich plenten am Brunnen. Geht geplantet. Noch einer da. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Banane. Glaube ich. Oh, ich habe vor allem... Jawohl. Keine Ahnung, okay, die web nicht so. Banane, Banane, Banane. Hat es noch einer? Psch. Da ist er. Oh. Orange geht weg. Jawohl. Alter Schwede, ist ja volles Tempo, was wir hier an den Tag legen. Wollen wir jetzt mal wieder A gehen? Oder weiter B? Ja. Gute Frage. Ja, lass uns A gehen. Das ist mal was anderes. Frage, nächste Frage. Gehen wir an. Wir können doch mal warten. Oh, das klingt ja richtig romantisch. Richtig romantisch. Also ich bin urromantisch. Achtung, Tür zu. Gut, Tür ist zu. Das waren die Gegner, das waren nicht meine. Kollegas. Yo, ich hasse es, wenn die ersten Schüsse nicht reingehen. Wie sieht es da draußen bei A aus? Super, komm raus, planten. Planting ist im Anmarsch. Achtung, planting. Ja, pass auf, da kommt vielleicht einer von links. Deffen. Okay, Bomme geplantet. Oh. Wie sieht es aus? Fuck. Äh, lang. Oh, warte. Geht jetzt auf kurz. Short, short. Lang. Ah, einen, einen. Einen habe ich erwischt. Einen habe ich noch erwischt. Lade. Ach so, scheiße. Ich war der überlebt. Letzt übernehmen noch. Ich war die letzten überlebende noch. Junge, Junge, Junge. Also sie haben jetzt mindestens zwei AWPs. Äh, die? Die. Na und? Dann nehmen wir ihnen die wieder weg? No. Dann nehmen wir ihnen die einfach wieder weg. Dann haben sie keine AWP mehr. Boah, ich habe jetzt einen. Kann hier was legen, Blau? Nö, pass schon. Braut jemand noch was? Nö, ich habe meine P250, ich habe die Ski, ich habe eine Weste, ich habe eine Mütze. Die Welt ist in Ordnung. Let's go. Wo gehen wir eigentlich hin? Was sagst du denn, Kursi? Ah. Ah, dann gehen wir A. Keiner ist Hausmeister. Oh, komm, Peek. Bitte, Peek. Ah, ob ich mich hier moven sollte? Weiß das. Fuck you. Sorry. 75. Oh, sorry, sorry. Rechte Seite, Mitte. Sorry. Aber ist hier richtig? Nein, da ist noch einer. Einer ist noch im Haus. Einer ist noch im Haus. 5 HP. Da kommt gleich eventuell einer, Kursi. Aus dem Haus. Hä, Party. Wechselt einfach rüber zu B. Einfach B gehen. Okay. B ist im Anmarsch. Lindia hat noch 25 HP. Reinhard. Überhaupt. Werden da wahrscheinlich auch schon sein. Ja, einer auf jeden Fall. Wie groß? Wie sieht es aus bei B? Gut? Gut. Ja. Blenden. 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 Okay. Einer CT. So bleiben, genau. Einer kommt, Banane. Fuck it. Nicht rausrennen. Nicht rausrennen, bitte. Oh my bad. Fuck shit. Beim nächsten Mal bleib einfach da. Die Position, die du vorher hattest, war wesentlich besser für dich. Ja. Ich hab ne, ich dachte, da ist passiert irgendwas. Das ist nämlich extra gucken gegangen. Shit. Leute, die verhauen uns die Popo hier, Mensch. Ja, wir führen doch 5, 2, äh, 5, 3. Ja, noch. Das kann sich ganz schnell ändern, so was. Rosalie, kannst du mir bitte mal eine MP droppen? Ich? Ja. Was denn für eine MP? Was ist eine MP? B4, 2. MP und irgendwas davon. Nee, ich weiß ich jetzt nicht hier. Muss schon genauer sagen. Ich hab hier PMP. Ja, jetzt hab ich aber extra hier. Dankeschön. Mensch, jetzt haben wir total die Zeit verloren. Wo gehen wir jetzt hin? Das ist schlimm. Die anderen haben das schon. Der eine ist on-spot. Der B. Ja, A ist Richtung City. Flasche. Abkassiert. Einer noch, äh, im Haus drin. Push den einfach, genau. Oh, einer on-spot. Also, wir haben zwei A bis auf A. Äh, B. Alter, was ist das? Wieso werd ich den Smoker sehen und... Weil du von draußen drüber reingucken kannst, als von drinnen raus. Da ist er. Oh, ich bin nicht weggekommen. Ich wollte eigentlich weiter nach hinten gehen. Ja, da ist eine Wand. Ja, da war eine Wand, hatte ich auch gemerkt. Ach, Mann, scheiße. Ja, da war, da war. Das war... Okay, das heißt also, ich... Mit einer Fernwaffe nützt es mir hier nix. Ich schalte auf P90 wieder um. P90 und meine P250. Alles mit P sozusagen. Wo gehen wir hin? Wieder bei B? Ich glaube, wir sollten auf A gehen, die haben wir auf B2, A los. Ja. Dann haben wir gerade einen Umweg gelaufen. Bin ich gerade einen Umweg gelaufen. Rushen bei A durch, ja? Oh, na. Der ist low. Banana kommt. Echt jetzt? Wir sind beide gestorben. Wir sind beide gestorben gerade. Kursi, ich hab dich getötet. Na super. Ja, du bist in meine Waffe reingelaufen. Hab nur ein Tastatur. Warte mal, Kursi, kannst du ETS auch ohne Lenkrad empfehlen? Nein. Doch, mit Controller. Fuck it. Nein. Die müssen ruhig sein. Ich nicht. Aber so gut spielen die nicht. So wie der da gerade bei der Ecke durchgeguckt hat, war lächerlich gerade. Wer hat mich jetzt getötet? Wer war das gewesen gerade? Lorenor? Ego, ja. Afina, der kam gerade von B, ne? B wäre oft quasi. Wir sind beide jetzt auf A. Ich hab's gewusst, dass er da sitzt. Das geht. Dann guck doch hin. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Nach A wieder. Ja, nach A. Okay. Nach A. Aber langsam mal. Nicht so. Wir rushen ja förmlich schon. Lamsanger, warten da. Ruhiger. Die wollen's wissen, glaube ich. Okay. Ruhiger. Abwarten. Im Treppenhaus warten, wenn wir mal bis zum Treppenhaus kommen. Nicht einfach durch, sondern leise, leise diesmal sein. Warten. Die kommen. Die kommen und wir schießen sie tot. Okay. Also ruhig sein. Warten, bis die runterkommen. Warum nicht die Bombe da? Jetzt warten. Warten. Die kommen. Außer ihr könnt weitergehen. Die ist alle rumschleichen hier. Der steht in der Ecke da. Schön. Der Ecke ist gut. Ja, Entschuldigung. Trinkt jemand von oben die Bombe mit, bitte. Danke. Achtung. 50 AP. Lass mir den. Ich hol mir den. 50 AP. wieder hier in der Ecke sitzt. Irgendwie cool. Hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Einsatz erfolgreich. Und jetzt wieder B. Jetzt wieder B. Jetzt wieder B. Trotzdem, dass sie noch Ops haben. Aber B warten, Leute. Also wir rushen bis zur Bretterwand davor. Und dann warten. Wenig Stress machen. Wartet hier. Oh, ich hab nur noch 56 Leben. Wer hat die Granate geschmissen? Ja, ich hatte den 8 in der Hand und bin der gestorben. Mann, alter Schwede. Du tötest uns jedes Mal an. Ey, Leo hat sich getötet. Achtung, den Deck. Aber was hat mich gerade totgeschossen? Irgendwie haben wir schlecht gedefft gerade. Äh, aber On-Spot. Da soll man nicht viel lang gehen, würde ich sagen. Ich glaub, B ist unter Untergang. Wir haben gerade ein schlechtes Manöver gemacht. Wir sind zu weit vorne gewesen. Oh, Mann. Ich glaub, es ist besser. Nicht gut. Sag mal, verarschen uns die Gegner? Es steht 6-6. Die haut da was nicht hin, oder? Die haut da. Wir sind einfach nur Scheiße. Ja, aber die verarschen uns doch. Sei mal ehrlich. Ich glaub, die verarschen uns. So, jetzt keine P250 mehr. Kaufen jetzt nur noch eine P90. Gehen wir, gehen wir an. Okay. Ich würd da gerne mal über Mitte Richtung B dann gehen. Okay. Das wär auch mal ne Idee. Machen wir das. Das ist mal was anderes. Achtung, da ist jemand rechte Seite. Über Mitte Richtung B. Hm, die smoke sitzt nicht. Lol, Alter, da war noch einer. Einer von hinten. Also aus der Mitte irgendwo. Das ist nicht schlecht, aber ich... Das war die Awe. Ja, hinter euch. Beide. Einer Mitte unten und einer kommt. Ähm. Bitte jetzt gleich. Wo hast du denn geplant? Bei B? Bei B. Pst, pst. Schön. Schön. Der andere kommt Banane. Der Trick war doch gut, oder? Kommt ihr vor? Pst. Ich hörschritte. Oder geht er weg? Er geht weg. Wo geht denn? Der haut ab. Banane wieder runter. Der saft seine Waffe. Oder auch nicht. Gut. Stay good. Bist ihm. Hier. Pass auf Leute. Ich hab ne Awe für euch hier. Hier habt ihr ne Awe. Hier. Hier. Hier so. Jetzt könnt ihr euch voll laden mit Awe. Er hat dir gesagt, ich dropp die weiter. So, ich nehm meine P90 wieder. Ja. Okay, war ganz gut, oder? Lass mal nochmal in der Mitte machen, das Mitte Ding. Come on, come on, let's go. Der wird jetzt packt. No problem. Da, Achtung. Achtung, einer steht da schon. Einer steht links. Einer ist links. Russian. Ah, der hat ein Doppelkill bekommen. Zwei B geholt. Zwei B geholt. Alter. Die Steps kommen einfach von überall. Zwei Mets mit Gagina. Auf seinem Balkon. Achtung, rechts sitzt einer. Oh, von der anderen Seite. Sorry. Okay, also Mitte, B, also A, Mitte ist nicht gut über B. Haben wir gemerkt, haben wir gelernt. Letzte Runde jetzt. War nicht gut gewesen. Kann mir jemand was droppen? Das wäre richtig gut. Letzte Runde, ja. Okay, ne, wenn irgendwer kann, aber ich glaube, sieht nicht so gut aus. Warten, willst du was droppen? Ich mach eine AK-47 hier. Nee, ich wehrt schon. Danke. Oh, jetzt hab ich gekauft. Nein, alles gut. Lebert. So, lass uns, lass mal, ähm, B über A. Nochmal, oder was? Ja, ich hab die Bombe. Jetzt funktioniert es wieder. Achtung, da kommt schon was. Die pushen Banane. Einer noch Banane, 10 HP. Oh, ich hab nicht mehr gekriegt. Einer könnte über, einer könnte hinter dir sein grün, einer könnte hinter dir sein grün. Onspot AWP. Was hier? Geld ganz links in der Ecke auf der Kiste. Hier rum und schießt. Links, 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 was? Wo ist er hin? Was ist denn? Let's start, 10 HP. Oh. Dritte war der vorhin, aber das war vor einer Minute. Bombe liegt auf mir. Na komm, CT. Tschüss. Also, wir führen immer um einen Punkt. Das ist ein bisschen stressig irgendwie, so, finde ich. War reicher, wenn wir am Ende führen. Und gehst du, ne? Ich bin aufgezwungen. Etwas Positives hat's ja. Das Chicken ist mit mir hochgegangen. So, gibts jetzt Chicken and Nuggets. Okay, ich geh A. Nee, ich geh B. Ich mein, ich geh A. Ich geh A, ich geh A. Danke, ich B. Ich war zu teppern, witzig. So, okay. A. Wir defen wie die Wilden. So, erstmal einen coolen Tonnenjump. Yes. Oh, scheiße, verkackt. Okay, los geht's. Wer hat gesmogt? Wir, haben wir gerade gesmogt? Ich hab gesmogt, ich hab gesmogt, ja. Warum denn? Wow. Mit der Dual-Barette. Scheint bei, äh, B zu gehen. Die gehen bei B. Auf einmal drückt der so. Die gehen bei B. Ja, ja, Cosi, wir wissen schon, dass die B sind. Mensch. Hatten wir einfach auch gesagt, Cosi. Ich mach voll die Moves hier, ja, verstehst du? Komma. Ah, rechts in die Ecke, wenn du reinkommst. Hm, ich weiß. Ah, er mit seinen Gehüls, Alter. Nein, nein, nein. Na, oh. Scheiße, Mann. Den hätte ich noch, wenn ich nicht so viel rumgebracht hätte. Ich hätte bestimmt beide töten können. Ich hab nur eine Weste gekauft. Ich geh A wieder. Zu viel. Nee, die Weste muss sein. Nächste Runde P90 mit, wenn alles klappt. Da hat wieder B. Notiert. Ja, einer ist auf jeden Fall mindestens da. Ja. B. Noch mindestens zwei. Oder drei. Ach, warum auch die Waffe denn nur Ölfschuss? Oh, ich hab extra mischen. Der hat auf jeden Fall keine Kniekehlen mehr. Ja. Nee, bei mir hat er ja keine Füße mehr. Schade, ich hab extra vorsichtig geschossen, Mann. Oder bei Ecke oder kaufen? Dann würden wir nochmal sparen. Also eigentlich müssten wir nochmal sparen. Ja. Na gut, dann kauf ich auch nichts. Schade, Mann. Ich hab so schön geschossen. Ich hab mir so viel Mühe gegeben beim Schießen. Komm, falte schon bitte. Ja, was? A. Komm, A. Mann. Ich hab so schön geschießt. Eyo, Vincent weg. Na, Kursi. Ja, die sind in dem Haus. Die kommen da jetzt in dem Haus auf jeden Fall. Ja, die sind schon im Haus durch. Und spütt. Einer minus 80. Einer minus 60. Mensch. Bami, was machst du denn da? Versagen mit meiner Kruppelhand. Schade. Aber es sah auf jeden Fall gut aus. Es sah auf jeden Fall gut aus. Oh, wir sind ja schon wieder da. Mensch. Ich stehe hier rum und mache ja nichts. So. Jetzt aber P90. Oder wann haben wir das vielleicht noch? Sogar eine Auge. Dann nehm ich mir eine Auge. Für die glücklichen Momente. Obwohl hier eine P90 glaube ich besser ist auf diesem Gelände hier. Okay, Mann. Jetzt eine schöne Auge. Schön geschmeidig. Schön geschmeidig in your face sozusagen. Achso, du gehst hoch? Okay. Dann mache ich hier Fernanalyse. Ja. So, jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass wir bei A sind. Schön. Oh, fuck. Doppelkill. Kann man über die AFP holen? Ja. Glaub ich schon. Dann kann ich nächste Runde auch eine droppen. Ich habe ein Auge. Ich kann meine Auge nicht wegschmeißen. Die Schweine teuer. Alles gut. Ich habe... Meine Auge ist sehr, sehr teuer. Das ist eine Sonderauce. Machen wir da passiv, ne? Jo. Soll ich trotzdem dieselbe Position spielen oder ein bisschen offensiver? Wir sollten defensiv. Ich glaube, wir sollten eher defensiv. Ich bin eher... Oli, carry uns hier durch. Alles easy. Ich bin ein. Ja. P90, scrub. Bis jetzt kam nichts. Keiner Dings bei A ja. Das kommt wahrscheinlich B. Wir sind bei B schon durch. Dann B wieder. Ja. Da ist seine Leiche liegt. Scheiße. Ah, ich habe... Die Auge auf diese Distanz, habe ich das Gefühl, ist die Auge irgendwie nicht so der Hit. Jedenfalls, ich habe schon extra schnell einen Einzelschuss gemacht. Nasser? Nasser. Wer ist das? Banane? Banane. Glaub ich. Nice defuse. Spielen wir hier immer so ein 1-1, ja? 1, äh, jetzt steht 10-10. Sag mal, irgendwie ist das hier ein mysteriöses Spiel, muss ich mal sagen, Mann. Die ich kaum Geld habe. Ich muss ja selber kaufen. Ich habe das Gefühl, ich steige wieder auf P90 um. Mit der Auge auf dieses... Wenn ich damit besser fühle, ist das in Ordnung? Na, ich wollte schon mit der Auge, aber... Aber ich habe das Gefühl, ich sollte mit meiner P90 nochmal. Weil mit der Auge... Ich stelle mich diesmal jetzt hierhin. Oder willst du hierhin gehen? Komm, 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 komm. Ey. Ja. Oben drauf. Okay. Danke. Nächste Runde ein bisschen schneller, weil es hier jetzt nicht kommt. Ja, sorry, ich kenne das. Achtung, bei A-Kontakt. Ja, dann kommen die A. Nein. Was? Warum bin ich alleine auf einmal da? Kursi. Vorsicht, du Rang, schnell könnte schon einer durch sein. Oh nein. Oh nein. Oh, Kursi. Oli. Was schleißt du denn da rum, Mann? Scheiße. Kön. Jetzt habe ich Oli auf die Eier weggeschossen. Bommel liegt da in der Mitte. Und ich keine Kinder bekommen. Wurde aus der... Ich weiß nicht, ob Kursi mich zweimal angeschossen hat, aber ich wurde einmal aus dem Haus angeschossen. Kannst du den Kaden mitbringen? Ne, ich habe zweimal geschossen. Ehe, kann ich machen. Einer reicht. Wo sind denn jetzt her? Wo ist der letzte? Ich gucke, CT. Er hat doppelt hält besser. Ich bin Bomber. Ich pushe den Jungen jetzt. Ich glaube, der ist hier. Mitte. Ja, da ist er. Einfach lassen. Einfach nicht offensiv. Ja, mehr Bär. Er kommt doch jetzt, eh. Und wo kommt er? Da. Zieh rum, Kursi. Zieh rum. Spray. Ach Mann, ist doch scheiße. An der Bombe, an der Bombe. Aber er sollte ziemlich low sein. Er hat kaum noch Zeit. Er muss jetzt bei A blenden. Er muss bei A blenden. Nein, das blendet ja noch die Bombe. Der blendet noch die Bombe. Das schafft er nicht. Ja, ich dachte, er wäre schon auf dem Spot. Er hat es nicht geschafft. Er hat es doch noch geschafft, die Bombe zu blenden. Oh, leck mich am Arsch. Der hat noch die Bombe geblendet. Nee, hat er nicht mehr. Aber die führen noch einen vor. Jo. Ah, egal. Kriegen wir noch. Komm, komm, komm. Job, job. Ich kaufe jetzt meine Augen wieder. Diese Söhne. Zock. Ich glaube, die kommen A. Ich höre A nix. B, B-Steps. B hat sie B. B, plantet. Ja. Wo, plantet A? B. B. B, meine. Mal sehen, ob ich das noch schaffen. Die sind ja noch alle am Leben. Ja, ist safe. Wo sie nicht mehr stemmen. Schnell weg, zur Mami. Oh, Zeit fürs Handy. Same. Jetzt kriegen wir aber die Hucke voll, Leute. Boah, ich hab so viele Snaps bekommen. Boah, siehs. Boah, siehs. Boah, siehs. Eko. Na, ABP. Geht eigentlich nicht, ne? Die beiden haben Waffen. Na, hab dann. Forsten wir halt. Let's go. Eko, Beko. Wir sind die Eko, Bekos. Eigentlich soll ich mit meiner Auge irgendwo hingehen, wo sie nützlich ist. Ich glaube, hier bei A ist ja unnützlich. Ich hab mich vorhin instant gecheckt bei diesem Boost-Bot. Ja, der wird halt auch... B? Ja, Moment, A ist was. Ja, na klar. Boah, der kommt einfach oben lang und schießt mich einfach tot so locker. Hat mich einfach locker tot. Oh, zwei oben drinnen, Alter. Was den fuck? Ich gucke, einer ist da. Ich gucke wieder. Zwei sind aber immer da. Die haben sich da drin vermehrt. Die haben Kinder bekommen. Äh, zwei im Pit. Oh Gott. Und dann mit der Waffe, ja. Oh, wer ist mit dem Vorher denn? Ich spare jetzt auf ne gescheite Waffe. Ja. Bug. Das ist mir jetzt auch. Eine Eko am besten... Keine Ahnung, lasst Banane runter. Na, Eko geht nicht mehr. Wir haben gleich das Handelsspiel hier. Das ist nix mehr mit Eko. Wir können nur noch jetzt... Doch, eine geht noch. Eine geht noch. Eine Eko und dann müssen wir durchziehen. Hört sich mutig an. Das wird man alle mal nach A nach B gehen. P90 ist Eko. Alle hier runter. Vielleicht sollten wir alle mal nach B rushen. Hauptsache P90 ist Eko. Das ist der Elo-Train. Der steht mit einer Nagelmaschine da. Welch ein Zug? Jerome! Noch nicht. Kosi! Ich hab mich nicht konzentriert mit der P90 jetzt gerade. Aber seltsam... Aber seltsam, dass wir gerade mit einer Nagelmaschine alle aufgeraucht worden sind, oder? Findet ihr das nicht auch? Dann geh ich ins Haus. Ich finde, ihr sollt. Ich geh bei B mal mit. P90 B. P90 regelt bei P. Wo gehst du denn? Äh, P. Wir gehen. Ja gut, dann gehst du ins Mitte. Jo, ist das jetzt A? Wo ist denn? Wer hat mich gerade angeschossen? Auch in der Mitte. Olli, hast du mich gerade angeschossen? Nee. Boah, ist da draußen. Carnade out. Flying down smoke. Weiter. Yo. Manche, da frage ich mich echt, warum da nicht reingeht. Ja. Ach, egal. Schön. Den anderen wird er auch noch, Cosi. Ja, leider nicht mehr. Aber Bombe down. Bombe down. Banane. Banane noch. Und. Und schießen. Oh wow, bin ich schlecht. Und spot. Hier rum, jetzt blendet er gerade. Oh, der war schön. Oh, der war schön. Ah, ich war richtig schlecht. Der war schön, Jonskada. Bisschen. Bisschen. Hat niemand gesehen. Die hat niemand gesehen. Das war schön. Batman. Kein Geld für A. Ave Maria. Oli der Ave Maria. So, ich geh bei B wieder mit. Hm? Also irgendwas einfaches liegt da, ne? P90 ist einfach besser bei P. Äh, B. Meine Fräschen. Ich muss mal springen hier. Hü, hü, hü. I'm on the middle. Ist das okay? Oh, klar. Da gehe ich ins Haus. Raus geflasht. Fünf. Die kommen A. Vier. Drei. Da. Zwei. Oh wow, einer Haus. Eins. Ich habe meine Maus so schnell bewegt. Alter, das gibt es nicht, Alter. Dieser P90-Affe, ey. Ja, alle A. Schon geplantet sogar. Hit. Ah, fuck yes. Hit noch. Wer noch? Oh, ich war gerade am Nachladen. Ah ja. Alles drin außer Wind. Der Schwung ist gut. Man kann sagen, sie haben uns den Schlüpfer rausgezogen. Geben wir alle wieder Banane runter? Nee. Ich? Nee. Ich gebe da jetzt 5k Diggle One Click. Geben wir alle B? Nee? Okay. Ja. Ich habe eine Nate dabei. Und? Ich habe eine Nate dabei. Wir naten jetzt alles um, ja? Pass auf, nicht, dass wir alle wieder sterben da. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Nate dabei. Das funktioniert. Nein. Sorry. Komm, das kriegt der auch noch. Oh, P90 bekommen. Das ist aber nett. Wo ist der letzte? Mach nur einen Flash. Wo ist er denn? Da unten, wo du gerade reingehen wolltest. Hier? Nein, ist er drin? Nee, 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 nee. Wo ist er denn jetzt? Links, links vorne irgendwo. Links, der kommt jetzt. Och Mann, warum töten die mich immer? Ich hasse ihn. Töte den jetzt. Der ist da. Der ist da. Nee, du musst zurück. Der ist da gerade gewesen. Der hat mich getötet. Der geht on spot, B. Da läuft er, da läuft er. Nein, das hat er nicht gesehen. Och Mann, scheiße. Ach komm. Hast du noch alles? Ja, gut. Ah, nice. Gut Job. Jetzt haben wir nur drei Runden gewonnen, wir haben es. Einfach wieder Banane runterpushen, ne? Willst du abspielen? Banane wieder pushen? Nee, ich nicht. Lass uns Banane wieder pushen. Nee, nee, nee. Nicht Posi. Was? Nicht? Wie was? Nee. Nicht nochmal Banane runterpushen. Na, wir warten bei Banane. Und dann pushen. Wir pushen beim Warten. Wir warten, bis die kommen. Hey, da gerade wurde A angesagt. Was macht ihr hier für einen Stress? Bomme down. Wie Bomme down, wo? Geh zurück. Bomme schon down, ja. Oh, das ist ja wie im Krieg. Oh, das ist ja wie im Krieg, ja. Oh. Nein. Decken mit. Decken mit. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, ich muss. Minus 40. Nö. Ey, was ich gerade gemacht habe. Was ist hier eigentlich los? Das ist Party. Party time. Oh Mann, was ist hier eigentlich los? Ich werde so ein Rich Boy, kann mir irgendjemand jemanden Scheiß geben. Cool, wie kannst du eine P90 droppen? Oh, ja. M4 liegt. Ja, hier nehm ich. Let's go. Oh. Oh. Der Money Block. Nein, B. Wir müssen nach B wieder. B-Rush war schön. Warten nach B-Rush. Ja, ich bin dabei, Cosi. Ich komme. Lauf. Ich bin die schnellste mit dem Messer immer. Komischerweise. Achtung, warten. Okay, geht los. Achtung, da kommst du. Achtung, bei A-Angriff. Achtung, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Lachlan. Weiter geht's. Bombe ist da auch bei B. Ah, so, jetzt ist noch mal. Letzter A-Banane oben. Letzter A-Banane. Alter. Er aimt ab. Bitte, 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 bitte. Töti, 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 töti. Ja. Ja, ja, ja. Und der hat eine Runde gewinnt. Oh, der Scheiße. Der hat mich gar nicht auf den Sack gegangen. Ach, du Scheiße, Mann. Das ist unglaublich, Alter. Was ist hier eigentlich los? Ja, wir trainen jetzt wieder auf. Warum muss das bei Hypnos Volt immer so spannend sein? Kann mir das mal erklären? Kusi, und guck mal, wir schaffen es perfekt. Gleich ist es 4 Uhr. Ja, ja, ist schon klar. Ich krieg da hin. Ich brauch meine Herz-Tabletten, Mann. Gehen wir wieder B-Rush, ne? Wir rushen B-Rush. Das funktioniert doch. Scheint zu funktionieren, ja. Wir haben die ultimative Antwort gefunden. Vielleicht kriegen wir noch ein Unentschieden hin, oder so? Ja. Ja. Achtung, wir kommen. Unterstützung, 3 Mann kommen Richtung A gelaufen. Achtung. Einer aus. Okay. Mal gleich. Weiter rushen. Mich, mich, Kusi. Ich bin ja da. Ich bin ja, ich hab, ich... Wo sind sie, wo sind sie? Im Haus, im Haus. Im Haus, okay, im Haus. Hab ich will? Ich bleib einfach On-Spot. Oh, Ilo, ich bin übel, oh. Ich bin grad selber geflasht, das war nicht so schlo. Im Haus. Immer noch. Septikon raus. Einer scoped. Ich hab, ich hab nur 30 Schuss. Sind sie alle im Haus oben drin, ja? Ja, jetzt sind sie auch verschoben. Dann haben sie sich jetzt verschoben auf B vielleicht. Ich hab nur jetzt schmeißen. Ich bleib, ich warte hier, ich bleib bei A. Ja, WP ist oben bei mir, Balkon. Ich bleib bei A, hier noch hinter der Kiste. Ich bleib da drin. Äh, keine Ahnung, da wo die von Cetis kommt, ich weiß nicht, was es ist. Library. Schön. Nein. Library. Ah, verkackt, Mann. Nice, nice, bleib fissen, bleib fissen. Lauf, 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 lauf. Hier. Ja. Ja. Applaus. Applaus, Alter. Wow, was ist mit mir los? Ich krieg dann wieder einen Rang oder sowas. Ja. Ja, wir haben noch einen Unentschieden rausgespielt, alter Schwede. Sehr gut. Schönste Spiel, meines Lebens. Jetzt hab ich aber abgeschwitzt gerade, Mann. Ja, Mann. Nicht nur du. Ich hab sogar eine Waffe bekommen. Oh, Mann, das war ja wieder spannend, Leute. Mann, war das mal. Ja, gut. Sexy, sexy, Mann. Du musst ja dann jetzt leider sehr schnell weg, deswegen wünsch ich dir noch einen schönen Abend. Ja, danke, Lorin. Geh ran und. Genau, für die anderen auch erstmal, ich muss mal kurz, ich zitter gerade am ganzen Live, ich muss mich erstmal beruhigen, okay? So, für die anderen auch erstmal, vielen Dank für's Mitspiel erstmal. Ich muss erstmal mich beruhigen, die Aufnahme beenden, nochmal gucken, was da los war, was für eine Waffe gekommen ist und so, Lulu und ihr wisst ja schon, okay? Ich geh erstmal, ich, 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 ich. Alter. Erstmal beruhigen, kurz. Was für eine Spannung wieder, dieses Game, hör mir auf. Alter. Ja, echt, da bleibt noch alter, oder? Das war echt voll alter gerade wieder. Mann, 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 Alter Schwede. Das war echt voll. Voll Action, Mann. Zum Schluss, also unglaubliche Dinge sind wieder passiert. Also ich glaube, ich war verreckt, gerade eben. Junge, Junge, Junge. Ich hab erst mal ins Hülschen gerutscht. Dieser, dieser Druck, der da auf dir lastet, Alter. Auf jeden Fall war ich, hatte, das Spiel hatte seine Schwankung, oder? Rauf und, auf und. Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Aber wirklich mal, Höhen und Tiefen. Okay, dann geh ich erstmal raus aus dem TST und bedank mich erstmal, ja? Ja. Tschö, bis erstmal. Wir hören uns, also, tschö, tschö. So, warte mal an. Auf die Dute bleibt da, lass mir mal kurz gucken, ja. Ja, ne, ja, ja. Uff, das war echt ein Manöver gewesen, ja. Die Online-Labor, ja, da hab ich verlassen, oder? Oh, dann lass ich jetzt mal so. Mann, 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 will jetzt aber auch. Mann, Mann, guck mal, ich hab als Belohnung, hab ich da was bekommen. Zeig mal her. Oh, da muss ich zu den, da. Das war fast die gleiche, oder? Ne Groundwater und das andere ist ne Ground... Ich hab zweimal die gleiche bekommen. Ich hab zweimal die gleiche bekommen. Oh, schade. Echt jetzt? Man kann zweimal das gleiche bekommen? Ich hab zweimal das gleiche bekommen, Mann. Scheiße. Dann krieg ich mal ne Waffe und dann krieg ich die gleiche Waffe, Mann. Meine Scheiße. Weißt du, dann krieg ich mal ne Waffe und dann krieg ich die gleiche Waffe. Das ist total traurig, Mann. Alter, das ist total traurig. Alle haben mitgeschwitzt, ja? Habt ihr alle mitgeschwitzt? Das Geld muss man sich dann nochmal auf Video geben. Das muss man sich nochmal reinziehen. Das war wirklich, ja... Also, dass ich den zweiten zum Schluss auch noch tot gemacht habe. Also, ich hab ein Doppelkill gemacht zum Schluss, oder? Ja, ich hab zum Schluss ein Doppelkill gemacht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alle sagen, war das ein geiles Spiel, Mann. Ja, war echt geiler Mate gewesen. Junge, aber ich hab wieder hier so einen Goldrang bekommen. Goldbonirang, irgendwas. Ich bin jetzt Soldatrang 4, bin ich. Okay, dann gehen wir es mal raus hier. Das war wieder mal Actionpool. Was für ne Spannung, was für ein Game, Alter. Mann, 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 das war so ein richtiger Krimifilm wieder. Das war so ein richtiger Krimifilm. So. Ich muss erst mal Lulu machen, hier flüssig. So, für die YouTube-Leute erst mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und danke, dass Sie an diesem Krimi teilgenommen haben. Das war Krimi bis zum Schluss, oder? Cremig und Krimi, Krimi, Krimi bis zum Schluss. Zum Schluss noch Cosi mit einem Doppelkill. Ungewollten, einen ungewollten Doppelkill eigentlich. Ich muss erst mal runterkommen. Ich bin total freudig gerade. Ich muss erst mal runterkommen von dem Kick. Ich hab gerade voll den Kickdown. So, okay, los jetzt hier. Und schönes Wochenstart, Rinsebums. Und natürlich, wer solltet ihr dieses Video an irgendeinem anderen Tag sehen, weiter eine schöne Zeit gewünscht. Wenn ihr mitgefiebert habt, holt euch erst mal einen Kaffee, beruhigt euch erst mal wieder. Was ist das?